In Wirklichkeit ist nie etwas passiert. Und da in Wirklichkeit nie etwas passiert ist, kann all dieses Kommen und Gehen erlebt werden. Dieser Traum kann sich träumen. Ha ha ha! Es ist nie etwas passiert. Nicht mal die Wirklichkeit. Denn so etwas wie die Wirklichkeit gibt nichts. Gibt es nicht. Die Wirklichkeit ist das, was wirkt. Doch auf was wirkt die Wirklichkeit? Auf das, was die Wirklichkeit ist. Das, was vor jeder Wirkung wirklich ist. Es ist nie etwas passiert. Nie jemals. Es ist absolute Stille und Frieden, die sich als absolute Form und Geräusch, als absolute Geräuschhaftigkeit in sich selbst erträumt. Er hat kein Anfang und kein Ende. Hier wird niemandem geholfen. Denn keiner braucht Hilfe hier. Hier spricht keiner mit irgendwem. Höchstens hört sich das, was das Selbst ist, sich selbst zu. Was denn sonst? Hier ist das, was nicht Eins ist und auch nicht Zwei ist. Was nicht Viele ist und was nicht Alles ist. Das, was Eins ist. Das, was nicht Zwei ist. Das, was Zwei ist. Das, was Viele ist. Ist alles auf, bis nichts mehr da ist. Dann ist es nichts mehr auf, übergibt sich, bricht über sich zusammen, sodass alles wieder da ist. Keinen Zweck brauchst du zu verfolgen. Und jeder Zweck ist dir recht, um glücklich zu werden. Doch kein Zweck hat dich jemals glücklich gemacht. Es ist viel, 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 viel simpeler, als dass irgendetwas dich glücklich machen könnte. Denn das, was du bist, braucht nicht mal Glück, um zu sein, was Glück ist. Hu, 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 hu. Da, die absolute Dankbarkeit, dass du niemandem dafür danken musst, dass du das bist, was du bist. Du brauchst keinem Gott, keinem Menschen, keiner Liebe, keinem Schöpfer, keinem, boah, keinem Licht, keinem Gewahrsein, keinem Bewusstsein, nichts und niemandem dafür danken, dass du das bist, was du bist. Und das ist die absolute Dankbarkeit. Hu, 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 und nichts ist je geschehen. Und alles, was geschieht, das kommt und geht. Das verändert sich. Hu, 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 ja, alles, alles, Popalles ist schon da. Die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart sind schon absolut passiert. Und die Funktion, einen Fluss zu erleben von einer scheinbaren Zeit, von hier nach dort, ist einfach nur ein Erlebnis, das keiner erschaffen kann, das auftaucht und nicht wieder wegzudenken ist. Wohin schaust du, du schaust in dich selbst, du bist Gottes Auge, das in sich selbst hineinschaut. Tschau, du schaust in dich. Hi, tschau an. Hi, hi. Babb-babb-babb-babb-dachem-bobrg-frigidungu.